Klappt zurück in die Ratskammer und berichtet Mirabeau, was ihr herausgefunden habt. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Cire de la Serres' Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Reposant, Belle. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Trag sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Sivère waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand, jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Die Kürzer Die Kürzer